Win-Compilation, oh das sieht doch geil aus, Alter! April! Was ist dieses riesige Ding? Ich hoffe nix komisches. Das ist doch hier! Kennt ihr das? Als ob. Als ob. Super Nintendo da unten... Aber ist das der Oldschool Super Nintendo? Jaja, das ist doch... Das ist auf jeden Fall nicht der, der in Europa so rauskam. Bei meiner sah anders aus. Als ob. No way. Wie geil ist das denn? Als ob. Was ist das denn für ein cooler Vater? Der hat vor allen Dingen, hat er auch wirklich so einen kleinen Sessellift einfach gebaut, da. Als ob. Jo, der muss doch Ingenieur oder so sein. Das ist ja mega cool. Und dann auch so diese Musik. Das ist echt cool. So, der, uh, March 2020 vintage. ist es richtig. Würdest du gerne probieren? Das wirst du? Ah, das ist das. Okay, so... Excuse me, son. Da, wir sind. Wir haben es zu tun. Der hat eine Nose auf den. Connoisseur, I see, sir. What? Er ist der Frücken Auserwählte. Er hat seinen Cheeseburger mit so einem Frücken Regenschirm, eigentlich so einem Sonnenschirm, einfach entpackt. Das ist Magie. Wer ist nochmal Harry Potter, Alter? Er ist der Frücken Burger Magier. Versuchen die Fische, den armen Vogel da zu fressen? Oder was machen die? Warum schwimmen die denn neben hinterher? Das ist ein Überschuss, das jeder kann zu Hause machen. Es ist großartig für die Beine und die Glüte. All you only need is a chair. Position es gerade hinter dir. Und dann in die Squawk-Position mit deinen Händen in front of dir. Und schüttelst dich. Es ist nicht wirklich egal, was dein Beine sieht, wenn die Welt zu einem Ende kommt, oder? Junge, P-Dizzle auf der Couch. Pink Panther, oder? Nee, nee, Inspector Gadget, als ob! Ach, das ist so eine... Als ob das funktioniert. Einfach nur so ein bisschen... Das ist doch einfach nur eine Dose mit unten einem T-Licht, oder? Oder? 3, 2, 1 Oh! Wir haben es geschafft! Das muss in der Guinness Book of Records gehen. Zeit, es zu essen! Ist es echt? Oder hat sie das fehlbar gemacht? 2, 2, 1 Oh! 3, 2, 1 Ja, es zu수! Was für ne Mann, als dass er das geschafft hat. Oh, ein Schäferhund. Das ist auch ein Schäferhund, oder? Schon wie das Kind sich freut. Also, für den Rekord, meine Eltern sind sehr süß und auch sehr stolz. Aber sie sind auch sehr weit entfernt. So, das ist was ich habe. So, wer ist älter? Warte mal, das sind doch zum Teil, sind das TikToker und YouTuber oder so? Weil das sind doch Lisa und Lena. Die habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Und die beiden weiß ich ja auch. Aber den Rest kann ich nicht. Ich denke, wir sind alle müde von dieser Frage. Ich wollte auch immer so eine Rakete haben. Your uncle mows your tuna. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Als ob für Ostern. Wie genial ist das denn? Wir haben es in drei Tagen. Ich könnte sagen, drei und eine halbe Tage. Als Kampencenter. Wir haben es heute. Aber warte mal. Also, ich bin jetzt ja kein Experte. Aber ich meine, die stoßen ja mit den Gläsern an, die sie vorher in der Hand hatten. Und könnte da nicht auch was rüberkommen? Wer baut, wer kommt noch solche Ideen? Das ist ja mega geil. Als ob. Oh man, das ist schon smart. Nase ist trotzdem nicht beteiligt. Nase ist trotzdem nicht beteiligt. Oh, Skifahren. Darauf freue ich mich auch schon so mega. Das ist ungefähr das gleiche Gefühl, wenn ich bei Golfit mit den anderen ein Hole in One mache. Oh Leute, beste Leben. Hi! Du älgst euch an das. Ich habe mich mit dem Hintergrund. Es ist egal, wo ich es schütze. Look at that. Wie ist es? Sie sagen, eine Magistin sollte nicht ihre Tricks zeigen, aber das ist zu cool nicht zu zeigen. Also, wenn du nicht in mit diesem Hoop bist, du wirst zu verlieren. Ich bin ein bisschen catch mit mir. Hä? Alter. Super, gut. Ja, gut. Der Hund spielt mit? So einen Clip habe ich glaube ich aber schon mal auf Instagram beim Wischen gesehen. Leute, das Spiel hat doch jeder schon mal gespielt, oder? Dieses Dino Game beim Google Chrome Browser? Junge, schon so oft. So einen krassen Highscore hatte ich wahrscheinlich noch nicht. Nein. Warum sind die auf der Eischolle? Jungs? Wir haben noch eine neue Bajdev-Kupapule, oder? Das war süß. Das ist ein süßes Video. Junge, Almanbär. Junge, Almanbär. Bis zum nächsten Mal, amемся! Tschüss! Tschüss! Tschüss!